Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nicht nur in Sachen neuer Trainer geht es langsam voran, sondern auch bei den weiteren ersten Transfers. Und zwar vor allem im Mittelfeld will Ruben Schröder das Mittelfeld ordentlich aufrüsten und wohlmöglich schon nächste Woche zwei Deals verkünden. Denn wie Sky vermeldet, deutet bei Tom Kraus wie auch Florent Mollier einiges auf einen balding Wechselsessel 4 hin. Die Bild wird da sogar nochmal konkreter, denn die meinen, dass beide Transfers nahezu fix sind. Nächste Woche sollen beide Verpflichtungen dann auch offiziell gemacht werden. Und sollte das stimmen, bekommen wir schon mal zwei neue Spieler für das Zentrum im Spiel, was sicherlich nicht verkehrt wäre. Tom Kraus als eine Mischung aus 6er und 8er könnte ihm dann ein Doppel 6 mit Flick, Latza, Palsom bilden, was dann schon ganz gut aussehen würde. Er ist ja ein Top-Talent, würde dann auf Leihbasis von RB Leipzig kommen. Und Florent Mollier so ein bisschen als Salazar-Pardon für die andere Seite. Also eine Mischung irgendwie aus 8er, 10er und rechts außen. Also kann da sehr, sehr viel abdecken. Ist ein technisch sehr, sehr starker Spieler, sehr guter Abschluss. Also durchaus interessant, wen da Schröder gefunden hat. Mollier auch durchaus erfahren. Da bin ich gespannt, auf welche Modalitäten es herausläuft. Also wie viel er kostet. Vielleicht sogar Laie mit Kaufoption, Kaufverpflichtung, was auch immer. All das sind Details, die dann sicherlich noch ans Licht kommen werden. Aber gute Nachricht, wenn man den Medien jetzt hier glauben schenkt, dass die Deals bei Tom Kraus und Florent Mollier durchaus vor dem Abschluss stehen. Und auch da, ähnlich wie bei der Trainergeschichte, nächste Woche eine offizielle Meldung wohl möglich kommen wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. An alle Schalker.